Ich fange direkt mit so einer Frage an. Tasha Copes oder Afrobeats? Das ist schon fies. Ich gehe mit Afrobeats, weil Afrobeats höre ich jeden Tag öfter, auch im Auto. Tasha Copes auch. Es hat christliche Musik, aber das ist dann zu bestimmten Zeitpunkten. Afrobeats eigentlich geht immer. Afrobeats oder Akorn? Afrobeats, weil Afrobeats geht immer. Whiskit oder Afrobeats? Ja, dann gehe ich mit Whiskit. Jetzt sind ja dann Afrobeats, aber ein bestimmter Sänger und ein sehr guter Sänger. Whiskit oder Eke Hüftgold? Ich gehe mit Whiskit und fertig. Whiskit oder Drake? Whiskit, 100 Prozent. Whiskit oder Burnerboy? Burnerboy. Burnerboy is the goat. Burnerboy oder Miley Cyrus? Burnerboy. Burnerboy oder La Sinesia? Ich mag französische Musik auch sehr, aber Afrobeats. Ich freue mich mehr als ich in Burnerboy. Burnerboy, Kendrick Lamar. Burnerboy. Der bleibt immer noch Nummer eins. Burnerboy oder Apache. Burnerboy. Immer noch Nummer eins. Burnerboy oder Quinn Pin. Ah, Quinn. Ich hoffe, du siehst das Video nicht. Nein, ich muss mit meinem Bruder gehen. Quinn, Burnerboy, I'm sorry. Aber Quinn, jetzt bist du Nummer eins, okay?